Unser Reiseangebot 453 ist eine Schienenkreuzfahrt mit literarischem Begleitprogramm. Die Zugreise mit dem Klassikkurier startet in Berlin. Über die deutsch-polnische Grenze an der Oder geht es in die traditionsreiche Handelsmetropole Posen. Während der Zugfahrt haben Sie die Möglichkeit, an einer Lesung im Konferenzwagen teilzunehmen. Nach der Ankunft einer Stadtführung und Übernachtung in Posen geht es am zweiten Tag nach Thornmasuren. Nach der Stadtführung geht es mit dem Klassikkurier wieder weiter nach Masuren in eine der schönsten Naturlandschaften Mitteleuropas. Gewaltige Eiszeitgletscher haben eine Hügellandschaft mit fast 9000 Seen und Teichen geformt, die eine abwechslungsreiche Waldlandschaft eingebettet sind. Am darauffolgenden Tag geht es weiter zu den masurischen Seenplatten. Genießen Sie einen erholsamen Tag zur freien Verfügung in der beliebten Ferienregion, die ein großzügiges Freizeitangebot bereithält. Am vierten Tag geht es durch das verträumte Ermland nach Braunsberg, der Grenzregion zu Königsberg. Bei einer Stadtrundfahrt sehen Sie den Königsberger Dom, das Grabmal des Philosophen Immanuel Kant, die Börse, die Universität, die Stadthalle und die Luisenkirche. Am Abend findet ein feierliches Chorkonzert statt. An den restlichen drei Tagen werden Sie in und um Danzig allerhand literarische und kulturelle Höhepunkte erleben, bevor es zum Abschluss dann wieder zurück nach Berlin geht. Für alle Literatur- und Kulturliebhaber halten wir nähere Informationen auf THV unter der Angebotsnummer 453 bereit. Zum Abschluss